So erstellen Sie einen neuen Autotexteintrag. Zunächst müssen Sie den zukünftigen Baustein einmal von Hand erstellen. Entweder tippen Sie ihn ins Dokument oder Sie kopieren sich die Daten hierher ins Dokument. Markieren Sie nun den zukünftigen Baustein. Im Register Einfügen öffnen Sie jetzt die Schnellbausteinliste. Zeigen Sie auf Autotext und wählen Sie Auswahl im Autotextkatalog speichern. In das Feld Name tippen Sie ein aussagekräftiges Kürzel und beenden das Ganze mit einem Klick auf OK. Was Sie markieren können, kann zum Schnellbaustein werden. Text, Tabellen, Fotos, Schaubilder oder Kombinationen daraus. Text, Tabellen. Absolutmer. Mehr Informationen zu geben. Hier gibt es replenensere use. Untertitelung des ZDF, 2020